Hallo, ich bin der Rüdiger. Ich bin 45 Jahre alt und bin Architekt und Ingenieur für Bahnschutz und Sicherheitstechnik. Ich spiele in unserem Musical mit und bin dort der Rediger Rayman. Ich bin so hingekommen, dass mein Sohn, der Karl, mitgespielt hat beim Mystery Musical und ich ihn immer fahren musste und dann immer bei der Probe sowieso anwesend war. Und der Johann, der auch gleichzeitig mein Bruder ist, hat mich dann aufgefordert, mitzuspielen, der mich natürlich gerne nachkommen findet. Halleluja! Ja, es ist Sünde. Aber dafür hast du ja nicht. Geschichten erzählen kann.